hallo und herzlich willkommen zum let's play flans you reloaded ich bin heute hier mit jok nana nein so wissen ja letzte folge hier stehen geblieben und ich weiß kann immer wo du bist du bist du jetzt gerade ich stehe hier so mit lones und weakness schau gerade den sonnenuntergang zu ist es nicht schön heute so ein schöner sonnenuntergang spieler 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 was spieler der bs bin ich bezwerflich ich habe hallo ich bin das ich war so kurz vorm abdrücken und solche sagen woher ich wusste weil dass das ich bin weil ich genau grad da als weil ich die schöne grad gesehen habe auf jeden fall noch weiter hinten war auch ja was ich habe nichts ich mache mal kurz ich komme mal kurz zu der hohe schneller und dann schauen wir kurz und aber sind nur die einzigen momentan ja das ganz schön können wir uns vorbereiten gehen wir wieder auf den berg auf alles legt nix bei dir naja und nicht so großartig wiesel aber nicht viel wir fahren auf dem berg auf oder die letzte folge du fährst aber okay wir müssen zuerst mal starten irgendwo komm mal einfach mit herren die ganze zeit mit gezogenem osi nur dumm wieso wieso nicht 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 das ist nicht so ich werde jetzt mit dem bern hoch hat das führer ist das ich werde da aber es ist ja achso ok jetzt fahren wir mal komm ich hoch ja wir kommen einmal kürzlich die bahn war diese ganz alltäglich macht man ja jeden tag so und gleich sollten ihr oben wieder rauskommen und wir sind oben die das auto hat so ein bisschen schaden bekommen aber dann wird jetzt irgendwie willi schön ja steigen wir wieder mal aus und hier ach schön ich schaue wir mal in die kiste dahinten und kämpfe ich überhaupt gegen den som wieder ich flüchte mich da auch wieder ins auto wenn da alle kommen und das habe ich ein chili suit mok habe ich aber schon ja ja fahr mal mit dem auto runter kommt auf der anderen seite wieder runter er kommt mir mal die mädchen ja wir könnten gehen eigentlich immer nur wie gestern nur auf diesen einen ort um fahr mal dann nach hinten und schwimmen dann so lange mehr weiter bis wir zu irgendwas kommen einfach nach rechts 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 da kommen aber her das weißt du schon nein nein fahr mal hier runter ja in die richtung gleich nach nils hier weit so selbes problem wie letzte folge sollte man nicht mehr aussteigen könnten aussteigen und dann noch ja stimmt na na wir fallen schön aber er ist auch langsam so dass das texture pack von flancy ist irgendwie so eine mischung aus eigenen texturen und und hannibal hannibal's texture pack so und wir sind bald unten so ich mache jetzt nicht das auto kaputt während ich noch drin sitze ich stehe jetzt auch raus oh ja das auto in der klippe da nur an wo das heißt nicht noch unterdägen okay jetzt muss ich dann mein Auto holen ein schönes auto ja ich erinnere oh 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 das war knapp übrigens man sieht nicht wenn ein spiel adjoint und so weiter doch man sieht wenn ein adjoint aber man sieht nicht also ahja aber tabulat da geht zum beispiel nicht da geht nur so sprengen so schnelles wegrennen hey da vorne ist ein spieler er heißt jucken an der nein die virendatenbank wurde aktualisiert je und jetzt wurde meine virendatenbank aktualisiert oh mein g ja das brauchst du nicht mehr warte das muss ich kurz wegklicken so jetzt schon weiter und in die ruine auch mal essen okay das sind ja recht viele zombies genau zwei zwei zombies ähm gibt es überhaupt irgendwas zu holen jetzt kommt der krieg schau mal es ist jemand gechiant jetzt ist krieg auf diesem pflex ist ja bis hin gehen wir weiter ah das sind so los gehen wir nicht da runter ich werde da unten ist der kiste oder irgendwo dort ist das wirst du kommen uns die zombies nicht nachdenken wir weiter oh da ist einer bumm mit dem musik hat das auf die kurze distanz schaden anrichten so für die fälle kann von zombies erschlagen schau mal j sorry beim video aber es leckt so extremst da sind ich glaube keine rückwaltung er j das los hat bei mir nicht nein aber in zwei sekunden ich sehe ich auch nicht gleich da sagst ah ich gehe mal eyda wie so voll gemein asozial das bist du einfach im stich ja gehen wir zu dem zeltlager und schauen was drin ist auf essen essen wir ja jetzt mal wieder schön ok da ist nix was ist in diesem gebäude hier jetzt wollten wir doch die mapper kunden oder jetzt gehen wir mal ach so ja stimmt ja da oben kann man hin da oben ist eine küsse da oben ist eine küsse da oben ist eine küsse ich glaube nicht dass man da dass du da weiter hoch kommst man muss in der zur kiste ach so ja da ein führer kennt oh mein Gott sowas wird 2 2 3 ich brauche unbedingt essen ey jo ähm gehen wir mal weiter irgendwo ja da Küste doch viele Küste und Blot ich habe eine Bemerkung Remington Remington nicht mehr die 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 sicher sehr im markt nun wo bist du das zuviel und vierziger monat Prozent für was für welche auf die markt nun die markt und da hat sich mein Mund aber nicht jetzt aber jetzt nicht ach so ist so wie über die Art derzeit steigt Der Zombie killt mich nach! Jetzt hast du mich schade geschlagen, weißt du das? Ja, aber mir leckt... Upsi Ey, ich hab's halb jetzt! Achso, Rottenfleisch gibt's ja auch noch, hab ich vergessen! Ah ja, ich hab keines! Hey, Knossgemür, Rottenfleisch! Jetzt nicht mehr! Nein, so wie ist, so ist gut wie nix mehr! Dann noch ein bisschen frottes Fleisch! Ja, wenn ich fertig gegessen hab! So, hier! Okay! So, ich hab nur noch rein! Ich heiter nicht, ich heiter nicht! Bandage! Bandage, ja! So, schauen wir mal weiter! Schauen wir mal durch das Gehmermarsch! Ich will zuerst hin! Wo kann ich ihn wirklich? Ja! Ja! Seit wann? Seit wann ist die Wasseranzeige weg? Ich heiter nicht! Ich heiter nicht! Naja! Komm, sprüng mal runter und schau weiter mal! Meinst du? Ich brauche die Truhe den K.. Ich hab wieder Zombie! Jetzt, Zombie! Ich krieg den Dollar! Ich krieg den Dollar! Okay, überleben wir es, wenn wir da runterspringen! Wie sind denn die? Ja, ich hab' noch mal bis jetzt bekommen! Mit Rechtsklick auf Schwert und.. Richtiger! Geh wir weiter in die Richtung! In die Richtung, auch gut! Fahren wir mit dem Auto? Ja! Naja, obwohl die Autos sind immer so verpackt! Na, bis zu ist gar nichts! Besser ist Hunger verbraucht! Wenn! Nein! Ich hab' ja zwar in die falsche Richtung, aber.. Mhm! Okay, jetzt! Warum? Ich hab' kein Fuel, tut mir leid! Mhm! Brumm! 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 Uh, starke Kurve, starke Kurve, Baum! Und tot! Na! Ich würd' gern mal wieder auf die Straße! Ja! So, komm! Und runter, runter! Ja! So! Werte geht's! Na, ich bin nicht dran, weil dort vorne war eine Kiste und die.. Ah ja! Bitt! Ich hab' nur dreieinhalb Herzen, Herzen! Hast du vielleicht ne Blantage? Na! Aber ich hab'n Namensschild! In diese Truhe da oben! In diese Truhe da oben! Da war.. Was hat'n Spielere? Da hat'n Spielere da reingelegt! Irgendwie! Heißt das eine Freundlichiste? Ja! Von einem Spieler! Aber wieso hieb ich denn nicht? Keine Ahnung! Ich fahr' mal weiter mit Van! Komm! Drei Herzen nur noch! Komm! Verwarten mit mir ein! Ja! So! Gut! Komm! Du 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 du! So! Da hin! Ob wir die Blätter durchkommen! Und! Shit! Huh! Genau so! Da hinten ist ein Kämpfer haben wir zu kämpfen! Wir brauchen ein Boot! Haben wir ein Boot? Ja! Wir sollten aussteigen! Mh.. Na! Ah jetzt ist es! Nur noch zwei Herzen! Wieso heal ich denn nicht? Heal doch mal! Also dann.. Trink mal Wasser! Vielleicht ist die Wasseranzeige grad verpackt! Einfach nur! Ah je jetzt auf einmal! Ich finde für die Wasseranzeige hab' ich nicht! Bist du? In diesem Zelt? Da ist ein Spieler! Na ah! Ein Baseball-Bett! Nein, er freu' nicht! Cookie! Cookie würde ich.. Ihr kurkt Fisch! Ich brauch' ich nicht mehr das verrottete Fleisch! Mal sehen die Akküste! Brot! Survivor Drawers! Ich glaub' die bringen nix! Komm mal weiter! Boah jetzt sind wir wieder ganz allein! Schaut! Schauen wir mal! Ja, wir sind allein! Ich glaub' das wird wieder mal ne Folge ohne Kills! Apfel in der Kiste! Woohoo! Was ist in der Kiste? Kartoffel! Golden Apple! So! Gut, der ist gut! Aber den, den weißt du ja, den traust du dich immer nicht essen, weil du denkst, na vielleicht brauche ich ihn später noch und dann bist du irgendwann tot! Also zumindest bei mir ist es so! You find treasure! Okay! Yeah! Steht auf Feuer! Warte auf mich! Jetzt hab' ich Vergiftung, die mir nicht angezeigt wird! Das ist.. Ein Traum, weil ich vergiftetes Wasser getrunken hab' Ja! Ich geh' erstmal nach vorne! Ich geh' erstmal nach vorne! Die sterbe jetzt nicht! Schon wieder.. Schon wieder.. Survival Chances! Bring' ich dir was? Dann komm' mal weiter! Dann schwimmen wir mal ein bisschen! Das tun wir ja ganz dazu! Ist Blut! Dann Reben! Das ist dein eigenes! So! Und wir schauen am Rand der Map! Auf dem Rand, aber wir schwimmen halt durch das Wasser, oder? Durch welches? Durchs Meer! Wo bist du? Irgendwann stehen wir bei einer Grundstellungmauer, oder? Ja, aber ich kann mir ja schauen, wie weit es geht! Wo bist du? Ja, im Wasser! So! Nein, nicht dort! Zur Grundstellungmauer, etwas weiter! Links! Von mir aus oder von dir aus? Von dir aus, glaube ich! Siehst du das eine zählt am Rande? Da war ich gerade! Achso, ich seh' dich! Ich seh' dich! Komm her! Ich hab' wieder so riesen Lecks! Nicht in dir richtig! Geh' wir mal in die da! Ja, ist Leck! Trittig! Komm her! Komm her! Achso! Leck! Dann gebe ich dir den Gnadenschuss! Was? Ah, komm! Hier, geil! Die Magnum ist nicht geladen, oder? Nein! Aha! In die Richtung hätt' ich dachte, schwimm' wir mal! Dort unten ist ein Flugzeug! Nimm' das da! Ich komm' mal zu dir! Dann können wir runtertauchen! Wie siehst du das ein Flugzeug? Wo ist ein Flugzeug? Ich seh's irgendwie nicht! Dort unten am Boden! Schon da weiter gesehen! Ich seh' ich nicht! 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 Schwimmst du grad' zum Flugzeug hin? Ja! Du ich's halt gesehen hab' Ich seh' ich so gut wie gar nichts! Da, ich hab's gefunden! Flieg' aus! Ah, da! Na, ich pass' Wenn ich, wenn ich komm' flieg' ich raus! Ah, hier! Sicher die Umrisse! Ich komm' nicht draus, ich sterb' im Kopf! Irgendwie! Stirbst du? Na, eh! Das Flugzeug ist, glaube ich, verloren! Aber ich versuch' rauszukommen! Aber ich glaube es geht nicht! Nicht jetzt aussteig' sterbe ich, aber ich kann's dir auch nicht abbauen! Ich muss jetzt aussteigen! Da oben ist auch irgendetwas! Ich schau' mal, wo es noch war! Ich sie's! Ich probier' jetzt noch mal ganz von oben! Da oben ist dein Auto! Ganz oben! Ich glaube ich kann's abbauen! Flugzeug! Komm! Hau ab! Was ist das Flugzeug ab? Ja! Ich sterbe! Nein! Ich schaff's nimmer! Ich schaff's nimmer! Ich schaff's nimmer! Ich schaff's nimmer! Wo in etwa? Ich nehm' mich nicht g'sehen! Ich weiß dort, wo ich vor war! Jetzt habe ich hier nicht g'sehen! Dann! Ich weiß nicht! Ähm! Das ist schwierig, was ich dir sag! Dort, wo du ungefähr das Flugzeug gefunden hast! Ähm! Nur etwas weit da! In der Grundsteuermauer entlang! Ist das Flugzeug schon abgebaut? Ja, ist in meinem Inventar! War in meinem Inventar! Okay, ich bin nicht hier in der Art! Jetzt muss ich nur noch wissen, in welche Richtung wir gegangen sind! In welche Richtung sind wir gegangen? Ah nein, ich bin ganz woanders! Oh nein! Nein! Nee, da kann ich nicht untertauchen! Schau mal, welche, welche Koordinaten bist du denn jetzt? Komm ich zu dir! Ähm, Minus 739 und 85 85 Okay, 85 in die Richtung Das hat ja noch sein bisschen! Ich wollte unbedingt dieses Flugzeug! Und dafürOOOOOOOOO Und wie sehen wir möglich? Wie sehen wir uns das neue Kasparan-Refonds bzw. zur holden der Kampar فينasmom Also noch ein rechtenョiger năm Aqui against cP und z ist minus 764 und 84 ich versuche zu dir zu kommen okay bei y dann bin ich gleich drin ich würde sagen wir beenden hier die folge vielleicht finden wir seine items in der nächsten folge wieder schauen wir mal und sag mal tschüss